Achtung! Schönen guten Tag, grünen Sie sich, Gentleman. Ja, ich merk's. Mir ist grad mein Tee umgeflogen. Meine Teetasse. Kannst du ein bisschen auf die Leute hier aufpassen? Mir ist ja alles nass gerade. Bitte, bei mir auch kurz aufpassen. Ähm, wie sieht das aus, wenn ein Lance Corporate zum Beispiel sein Strap nicht trägt? Ich weiß nicht, dass es da Regeln zu gibt, aber lassen Sie doch einfach. Ja, nein, es geht nicht um uns. Es geht um Clanky. Der trägt den nämlich nicht. Achso, wo ist er? Ja, also vorher nicht getragen und ich sage ihm immer wieder, er soll ihn anziehen. Aber er macht's halt nicht. Clanky, ich hör, wir haben Probleme? Ja, durchaus. Ich kann nicht nachvollziehen, warum mir befohlen wird, meinen Strap zutragen, wenn ich es nicht tragen möchte. Lance Corporate, ich erkenne einfach ganz gerne, wer Lance Corporate und Corporate ist und unterscheide sie einfach fürchterlich gerne voneinander. Und um mir das Leben zu erleichtern, tragen Sie Ihren Strap. Aber wenn Sie das natürlich sagen, Sergeant, dann ist das natürlich jetzt so. Großartig. Sie dürfen weitermachen. Ja, ich, ich, ich hab hier... Ich hatte hier gerade ein feuchtes Problem. Du hast hier im Schritt, ich weiß. Nach dem Schritt hinter meinem, hinter meinem, hinter meinem Schreibtisch. Auch über deinen dünnen Pfiff will ich nix hören. Jetzt geh doch mal da hinten hin. Nein, nein, nicht abschlecken, Corporate. Chase, was ist denn das? Und wie geht's Ihnen? Und? Ja, ich hab vorhin, äh, drei, ich hab einen Anschluss im Abmeld bekommen. Äh, ja, wenn ich, äh, drei Bescheidungen reingedrückt bekommen habe. Ich konnte mich, äh, klingstlich rausreden, für Sachen, die ich eigentlich gar nicht gefahren habe. Äh, weil die der Meinung war, äh, drei Bescheidungen gegen mich zu schreiben. Die eine war, Respektlosigkeit gegen meine Vorgerissen. Äh, da ich diesen Respekt... Ist ja fürchterlich nett, mit Ihnen zu plaudern, Royster. Ich hab wirklich noch zu tun. Ja, äh, und ja. Ich wollte ihn einfach... Sie haben mich gefragt, ich hab ihn geantwortet und jetzt ist ein Problem. Ich hatte nicht erwartet, dass da so ein Rattenschwatz nachkommt. Also, mit Ihnen kann man sich wirklich nicht unterhalten, Sergeant. Wie lang geht es hier noch, Sergeant? Hm, ich sag mal 10-15 Minuten. Ja, reicht langsam. Durch. Ja, Sir. Dann will ich es nicht weiter steuern, ich geh dann mal raus. Ich wünsch Ihnen noch einen schönen Tag, Sarge. Dann kann man mal bitte rum. Oh, ich muss weg, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß da. Gibt es da? Setzen Sie sich hin. Es kam eine Beschwerde zu mir. Äh, von wem, über wen? Von Clanky, über Sie. Es geht um den Strap, oder? Nicht sein Ernst. Roy. Ja. Kann Sie mir dazu was sagen? Hm, ja, ich kann Ihnen dazu was sagen. Also, er hatte zunächst den Strap nicht an und ich hatte immer gesagt, ziehen Sie den Strap an. Ende der Geschichte. Ende. Also vielmehrweil, ich habe Ihnen nur noch kurz erklärt, warum er den zu tragen hat. Nämlich damit er sich von den anderen Soldaten unterscheidet, damit ich ihn besser erkenne. Also, basically war es das schon. Dann, ähm, werde ich das sonst mal auch in den Einheitsbeitrag hinzufügen, dass so Erleichterung unseres Jobs, wie Sie selbst gesagt haben, einfach hilft. Ja, dann, äh, nein, will ich gar nicht. Dann, ich glaube, ich hatte sie aus dem Training rausgeholt, ne? Sind Sie gerade fürchterlich beschäftigt oder haben Sie zwei Minuten? Nö, ich habe zwei Minuten. Können Sie uns mit dem LRAT nach Kairo hochbringen? Natürlich, dann mach ich doch gerne. So, Dandl, wir jetzt gleich, äh, wird da mal ordentlich, äh, ausgestiegen, wenn eine Plattform frei ist. So, hallo, guten Tag. Grüße Sie. Ich, ich habe gerade ein Warf. Statt den Scheiß! Wir haben angegriffen. Alle in Deckung! Verteilt euch! Verteilt euch! Fett. Haben Sie noch ein Flugobjekt hier? Sehe ich so aus. Wenn ich es Ihnen ansehen würde, würde ich Sie nicht fragen, Corporal! Nee, haben wir nicht mehr. Sergeant, wir haben zwei Personen westlich auf den Koordinaten draußen. Wir werden beschossen, wir werden beschossen. Alle in Deckung! Lasst euch nicht treffen! Haben ihn! Lasst ihn weg! Lasst ihn weg! Tötet ihn! Tötet ihn! Tötet ihn! Ne, da schieße ich nicht an. Tot! Der ist tot! Sie haben ihn! Ich gehe da raus. Das sieht gut aus. Draußen steht noch ein Panzer. Warum ist der nicht bemannt? Die kleinen Dinger. Scheiße, wir haben zu viele Verwundete. Haben Sie einen Pilotenschein für das Ding? Ja, habe ich. Sie gehen ans Geschütz. Sie gehen ans Geschütz. War doch jetzt nicht sein Ernst. Die Kavallerie ist da! Unser Erzähler ist da. Sir, Sie sehen scheiße aus. Ja, danke. Sie sind auch kein schöner Anblick. Ich weiß nicht welcher Trupp Sie sind, aber gucken Sie mal, dass der Erzähler permanent Bewachung hat. Ich will nicht, dass der fällt. Werden wir wieder angerufen werden. Oh, wir sind ja doch schon relativ viele. Sehr schön. Ja, das macht ja nix. Ich mag große Trops. Gut, einsteigen, Gentleman. Gentleman, es gilt Feuerstatus. Gelb, das bedeutet, Sie erwidern das Feuer. Wir gehen davon aus, wir finden hier verbündete Einheiten. Das bedeutet, achten Sie, worauf Sie schießen. Großartig. Ausstieg, Gentleman. Danke fürs Mitnehmen, Nitro. Sehr gut. Wir rücken jetzt zu der Höhle vor. Offene Formation. Halten Sie genügend Abstand zueinander und bewegen Sie sich Marsch, Marsch. Fahren Sie Ihre Lampen an und los geht's. Keiner bleibt zurück. Niemand bleibt am Eingang. Wir gehen alle rein. So, an alle Truppen bitte sofort im Versammlungsraum in der Basis einfinden. Alles klar, Sie haben es gehört. Wir gehen raus aus dieser Höhle und zwar weiter nach Norden. Marsch, Marsch. Schließen Sie auf, gucken Sie, dass keiner zurück bleibt. Das ist es schon, alles klar. Einstieg. Alle rein, alle rein, alle rein. Keiner bleibt zurück. Danke fürs Mitnehmen, Nitro. Ausstieg, Waffen holstern und ab in den Versammlungsraum.